Dernbach im Westerwald. Die etwas andere Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Es ist Sommer und unter dem heißen Blechdach der Ludolfs glüht die Luft. Hitze. Auf den Sommer kann ich verzichten. Auf dem normalen ja, aber so einer. Das ist so einfach, gell? Da schwitzt man schon, ohne sich zu bewegen. Man kann auch kaum sprechen durch diesen heißen Wetter. Diese Tröckende Wetter. Rudolf? Brune? bau ja moment golf 3 vr 6 bau ja 97 tacho nein leider nicht bitte sagt doch mal ja auch wenn es so warm ist ja 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 und feuer frei mani ja mann nicht weg lass deine klamotten auf mich schiebst du hast ja nicht mehr alle du bist du bist wie ein rentner heute schon die renter sind schneller wie du der onkel mann tut macht das dreimal so schnell wie du naja mani was kann ich dazu wenn du nicht mein stande bist ein auto zu schieben handbremse anziehen handbremse ist angezogen nein ich lass jetzt mal meinen bock gar so da muss man sehen ob ich das schaffe auf jeden fall mani und uwe haben ein fiat panda ausgeschlachtet was von dem auto übrig ist wird verladen und in die schrottpresse gefahren die zwei brüder machen in der werkstatt platz für einen passat so normal müsste er anspringen aha spring ich bringe an selber zu aber hier die ecke freikregen jetzt stück für stück ach der läuft noch mal rein ach wenn die das sind die leute ich krieg die autokapie aber langsam ja aber trotzdem und die brauche ich geben sei da eine klatsche hast du ihr wollt teile verkaufen und nicht schrott machen nur platz wenn ja und weiter gerade gut reicht reicht tut das gut herrlich ludolf guten moment muss ich fragen peter 323er mazda feuer 93 eine heckklappe 93 der alte noch der mit die guckaugen die wünschen noch hundertprozentig da sein in schwarz grün 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 ist die hoffnung und das ist nie die hoffnung nein grün auf keinen fall bitte ich kühle den kopf man sagt ein kluger verstand muss gekühlt werden wenn er einfriert das gehirn ich habe ja keins endlich kündigt sich über dem anwesen der ludolfs die ersehnte abkühlung an das wird eine richtige abkühlung geben wunderschönes wetter hier ist eine richtige abkühlung fantastisch schön uwe wo seid ihr eine abkühlung jungens jungens ist das nicht hier herrlich jungens haa mama mia hier kann man richtig spielen sogar fantastisch deshalb noch was besseres herrlich ich brauche nicht mehr duschen ja herrlich dafür würde einer viel bezahlen in den urlaub das geht mal kostenlos jetzt wird noch ein stück zweifel eine abkühlung hoffnig reicht die heute noch ich bin mir einfach wohl jungens jungens herrlich wollt ihr euch auch nicht mehr abkühlen ich bin froh dass ich mir abkühlen kann das war keine abkühlung da war so heiß gewesen da bist du kaputt gegangen du bist doch nur nahe die schlechte wasserheim holen steht dir auf dem kopf auch hinaus toll die hose ist einfach schwer aber es geht na uwe wie geht es dir scheiße wir müssen das zeug da abräumen wir haben die ganze halle vom wasser ja wir haben das nicht abgeräumt wissen die mal mit dem wasser mit mir kommen ja ich geh doch nicht da raus aber naja wir kommen die ganze versatzteile vor einen moment peter ich kann dir eins zu sagen du hast ein bisschen eine macke gehabt mit dem wasser aber lieber die macke als so fiese wie der uwe behalt die macke aber naja ein stinkstück weißt was der mani sagt der rennt gleich durch uwechen ich schlaste zwei teile auf ach man doch zeig mir die sache wo du das meinst mach weiter lass doch die teile kaputt gehen du kleine giftspritze sag mal gebi gifft spritze uwe zeig mir doch mal wie ne leberwurst ich kapier es nicht Was hast du denn? Wir gehen nicht gleich in die Luft. Nicht abfühlen. Es regnet da rein. Der Manni baut ein Teil aus und da gehen Minimum 100 von 100 Autosteile kaputt. Er sagt, wir bauen nicht mehr Teile aus. Ruhig kaputt gehen. Peter? Ja, ja. Ein Teil ausbauen und tausend Teile kaputt gehen lassen. Da gebe ich den Uwe recht. Siehste, guck der Manni hier, wegen der Tür hier. Ja. Da läuft Wasser. Ich mach dann jetzt genau wie der Manni. Ein Teil ausbauen, zehntausend Teile kaputt gehen lassen, dann mach ich lieber hier eine halbe Stunde sauber. Ja. Aber ich hab 10.000 Teile wieder da. Ich geb dir nur nicht ein Recht, dass ihr die aufrichtst. Du weißt, dass du herzkrank bist. Ich bin herzkrank. Ja. Du bist herzkrank. So. Ich geh mal gucken da drüben. Manni, wir ziehen die Tür hier raus. Ich hebe es an. Die Tür raus. Die Eimer weg. Dafür diese Ablauf frei haben. Dann passiert die Scheiße. Die Tür auch hier raus? Die untere Tür. Die Tür muss rüber gehen nur ein bisschen. Dann haben wir unten diese Lücke frei. Dann blickt alles zusammen. Der ganze Haufen brecht. Ich geh mal gucken was da hinten steht. Die müsste raus. Das ist unser... Oder ich hätte Vorschlag. Was? Einen Wagenheber oder so. Hier etwas anheben und locker ranlassen. Das geht. Und die Tür weglassen. Das geht. Lass mir das mal machen. Mach du das mal hier. Aber das sind Drehteile. Das wird schon schwieriger. Der muss sich elastisch bewegen. Ja. Die Haube müssen wir gleich auch nur ein Stück vor, damit das Wasser besser um die Ecke schießen kann, Peter. Manni, aufpassen. Aufpassen. Ja. Und zurück. Und Manni, ziehen! Ziehen! Wo? Ja, ja. Dann muss ich... Ja, Manni. Noch ein bisschen kannst du ziehen. Langsam raus. Und die Bretter, wenn die gleich wegkommen. Und jetzt mach sie zurück. So einfach geht. Da habt ihr wieder Manni Schildberger. Ich kann mich aber nicht... Wenn der ein Haus baut, gibt es keine Fenster, keine Türen. Wo will der eigentlich rein? Manni. Erwachsene reden vernünftig miteinander. Aber Manni, wenn ein Mensch zuhört und lässt sich was erklären, dann klappt das auch. Ja, aber... Jungs, Jungs, seid lieb zueinander. Wie kann man in dem Alter so trotzen? Uwe. Wie sieht das besser aus? Und Peter noch ein bisschen sauber machen mit dem Besen gleich. Ich geb dir recht. Ich geb Manni recht. Geht's jetzt mal abschaffen. Und ich geh mal... Das kannst du ja abschaffen. Mach mal. Manni. Und ich geh mal raus. Na, äh... Und ich geh jetzt mal raus und bin mal beim Günther. Geh mal... Geh mal relaxen. Ey! Abgekühlt hab ich mir! Hahaha! Du siehst du raus. Jetzt geh mal schlafen. Musst du noch Föhne, sonst mach ich ein Kabel einrollen. Ja, ist wieder alles in Ordnung. Der Manni hat da eingesehen, dass da ein Schildberger ist. Und ne klappt das von Manni. Ich ein Schildberger? Du bist ne Trotzborg. Manni, sei doch lieb. Eine trotzige Trotzborg. Ach, Günther, das war toll. Und den Regen. Ich hab mir abgekühlt draußen gesprungen unter dem Fall. Weiß wo du Mercedes stehen dann alle. Ich geh raus. Ich bin draußen im Regen. Platsch, Platsch. Abgekühlt. Ich geh rein. Da waren die Sträuche sich anstreiten. Wieso? Ich sag dir, Jungens, so geht's nicht. Kühlt euch ab den Kopf wie ich. Aha! Günther, toll! Ja, ich war nicht draußen. Warum bin ich so nass? Das war eine dumme Sache. Voll etwas Wasser reingekommen. Hab ich wieder alles gerichtet, waren die wieder lieb zueinander. Weißt du was, Peter? Ach ja. Wie du getast bist, da kommt deine Form so richtig schön zu gelten. Das Gewicht. Toll. Deine Form ist auch nicht besser. Lass mir sagen, das ist ja normal. Trotzig wie ein Fünfjähriger. Mann, ich schaffe mal. Ey, du musst dich da immer so aufregen, da unten so wie ein kleiner Giftswerk. Du musst lieber schaffen, da ist es besser, Manni. Ich schaffe dir immer mehr wie du. Ich bin doch schon die ganze Zeit hier schwer am Arbeiten, Manni. Und du liegst da unten im Auto und bist am Pennen. Natürlich. Hast du recht. Uwe, kennst du den Unterschied zwischen dich und Holz? Wie? Holz arbeitet. Moment. Peter, für Golf 2, den letzten Ausruftopf. Wie viel Hubraum? Wie viel Hubraum hat der? Ja. 1600er. 1600er. Ähm. 1600er. Haben wir da. Haben wir da. Und wenn sie fragen, wird es der Preis 20 Euro. So. Kosten tut er 20 Euro. Okay. Tschö. Und den wollt ihr heute noch haben. Heute? Mhm. Heute ist nicht heute. Heute ist schon Feierabend. Wie so eine Sache meine ich. Ab. Ab. Arbeiten. Da muss ich auf den Berg drauf. Das sieht doch schön aus. Der Berg geht auf den Berg. Das ist ein Sackgesicht. Ich geh. Ach ja. Hand für sich habe ich keine Lust. Ich habe schon vorhin abgefühlt und wieder die Hitze. Ach, dann wollen wir mal gucken gehen. Ah. Heute habe ich noch einen Hexenschuss, ich werde auch alt. Scheiße! Man, das ist gefährlich. Ja, Mama Mia! Ojeje, hier liegt auch alles auf Kippe. Uwe! Manni! Ja, was ist denn los? Ich lache hier unter einen Haufen hier, Säcke. Was machst du denn da? Was ist denn passiert? Komm, mach mal langsam. Vorsichtig, helf dir mal. Auch mein Knie tut mir weh. Oh, Scheiße. Mutscht nicht nach, oder doch? Oh nein, einen Moment, Mini. Der Knie tut mir weh. Ich habe auch ein Knie untereinander auf den Kopf gekriegt. Mach langsam ein kleiner... Oh! Komm, gehen wir mal raus, Manni, jetzt. Ja. Raus kam, Manni, ja. Uh, 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 uh. Da war's. Da war's. So, Peter. Dann kannst du reingehen. Woh, tust du ein bisschen mal entspannen. Richtig. Setz dich ein bisschen hin, tust du ein bisschen relaxen. Das machst du sowieso immer gerne. Und wir schlachten weiter. Bis dann. Richtig. Du musst mein Knie erst mal. Ja, tu mal entspannen, genau. Und wir machen weiter, Manni. Ich müsste auch was schaffen. Was war am Tag los gewesen? Alles zusammengefallen. Auf dem Knie ein Auspuff. Auf dem Kopf ein Auspuff. Boah. Ah. Alles locker. Die Jungs nicht geholfen? Doch, sie sind nicht gekommen, naja. Ja? Ich hab die gerufen. Aber es ist gut da. Jetzt will ich erst mal ausruhen. Ja, das sah ganz schön weg aus. Richtig abgang gemacht. Richtig abgang gemacht. Da kann Glück sein, dass da nichts passiert ist. Ich sag ja. Wir haben eben einen Haufen Systeme. Da kann einiges passieren. Ja, da kann irgendwie ein Abgang passieren. Aber Manni, wisst du was, wir denken nicht drüber nach. Was haben wir in unser Leben schon toll gemacht? Aber... Aber unsere Arbeit muss es schon mal mit rechnen, Manni. Du gehst da rüber, das denkst du gar nicht an. Das stellt sich so auf ein Federbein. In dem denkst du nicht, dass das rollt. Du gehst einfach rüber, du machst diesen Schritt und dann stehst du auf das Ding und fällt auf der Schnauze. Manni, das geht manchmal flotter, wie du meinst. Das geht. Du kannst mir die Knochen kaputt machen. Du bist jetzt beim Sport machen mit dem Mountainbike gefahren. Mhm. Auf einmal hat die hintere Bremse versagt. Ich mach einen Überschlag. In dem Moment seh ich, dass dann ein rieser fetter Baumstumpf ist. Aber ich hab mir extra nach die Seite rumgedreht und hab mich abgerollt, dass wir das machen. Und trotzdem hat die Schulter noch weh getan. Ja Manni, da ist es nicht so einfach. Aber es gibt ja auch welche, die das normal machen. Zum Beispiel in den Filmen machen die Schauspieler das nicht selber. Jackie Chan hat das viel selber gemacht. Aber da gibt's ja Stuntmen. Die denken sogar nach, die überlegen vorher. Aber denkst du nach? Nö. Dann ist es vorbei. Hast aber Peter gerade gesehen, wo? Ja. Hat sich Knie weh getan. Aber es wird viel weniger Umfälle geben, wenn man diese Sachen berechnet. Lass uns doch mal Stuntmen spielen. Ach, Tricks machen. Manni. Ich zeig dir was. Das ist nicht mein Ding, lass das mal sein Manni. Weißt du was ich höchstens machen würde? Ja. Wenn man mit dem Auto vom Baum fahren oder den Berg runterfahren. Ja. Und das ist mein Ding. Und nicht die scheiß Stuntmen spielen. Das macht ein Stuntmen nur mit Brechen. Du fährst einfach vor der Mauer vor und bist tot. Du weißt genau, ein Unfall schläft nicht. Ein Unfall ist ein Schicksal. Günther, ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir unsere eigene Firma haben. Seit wir unsere eigene Firma haben und mehr aufpassen auf Umfälle passiert nicht mehr so viel. Aber das hat nichts mit den Fremden zu tun. Guck mal, ich zum Beispiel. Doch, doch. Hektik und alles. Günther. Beispiel. Ich, früher, echt, das ist noch gar nicht so lange her, wenn ich immer morgens kam oder auch noch tagsüber. Die Treppe bin ich immer schnell hoch gegangen. Bin regelmäßig gefallen, hab mich aber mit den Händen abgestürzt. Bis gehe ich lang so gemütlich hoch und falle nicht mehr. So. Beispiel. Das ist schon richtig. Ich habe ja auch kaum Umfälle, ich war klein auf dem Kopf oder so, Auspuff oder dies und jenes. Weißt du. Aber ich keine Verletzungen mehr. Weißt du noch? Ich war dahinter. Wo? Wenn du in die Halle gegangen bist. Ja, da, da war ich. Ja, aber so fällt doch kein Mensch, Peter. Wenn ich falle, da falle ich nicht so und pumpt. Ich mache automatisch die Hände nach vorne. Aber du bist da so umgefallen und voll am Kopf aufgeschlagen. Weißt du noch hier? Weiß ich, ich habe was an den Händen gehabt. Nee, du warst gar nicht. Ich hab nicht was an den Händen gehabt. Nein. Du bist so ein Roboter, der sich nicht bewegen kann, die Hände. Der Aeromotnik war ja hinter dir. Erzähl mir das mal. Ach, Marni. Ja, Uwe. Du mit deinen Stuntdingern, was du da machst. Nein, aber man muss es fachgemein, in den Filmen muss es so sein. Und deswegen bin ich ja mal so ein Stuntman gemacht, wie die Stuntman die richtigen Techniken. Weißt du, was richtig Stuntman ist? Wie Cole Siebert hier macht. Mit dicke, fette Brummer von Rautos. Oder hier so Monster Trucks. Das ist Stuntman. Alle Sachen sind Stuntman. Die kleinste Stunt ist schon ein Stunt. Ja, Marni, du machst Stunt, fällst in den Bach rein oder fällst auf die Nase. Extra. Extra. Ja, Marni hat doch einen Flatsch. Ach, Junge. Ach, Herr Stunt. Wir müssen jetzt etwas Stuntman üben machen. Wie ein Stuntman. Du weißt genau deinen Umfeld, wie bist du da abgegangen? Wie bist du da abgegangen? Ich mach höchstens Motor zerlegen oder Autos zerlegen. Ja, aber da fällt dir etwas runter, dann musst du dich wegrollen. Mein Ding ist es nicht. Nee, nee. Lass den Marni doch machen. Abgerollt und so weiter. Richtig. Was machst du einmal sein? Ja. Dann komm ich nicht mehr hoch. Wenn ich einmal liege, liege. Ja, genau. Zum Beispiel, du würdest so hinfallen. Das hältst du dich fest. Dann machst du aber die leichte Rolle. Dann liegst du nicht auf dem Gewicht, sondern auf die Seite. Merkst du was? Siehst du? Runterfallen. Es wird schon langsamer. Seite. Ich zeige es dir, dass ihr es immer mit euren langsamen Augen erzieht. Weil Verstand sind, wenn du immer ein richtiges Auto fährst. Alles ist Stunt. Und nicht so eine Scheiße, was der da macht. Alles ist Stunt. Er legt sich mit dem Arsch auf den Boden und bubbelt sich in der Nase. Na, ey, ey, ey. Du kannst mal... Uwe, im Montertag sitzt du sicher drinnen. Aber so in der Stadt ist gefährlich. Ich übe das dann immer. Ciao, ciao. Wir nicht, Marni. Hallo, Uwe. Den haben wir jetzt hier nicht. Der verletzt sich, kann nachher nichts mehr tun. Dann sagt er, au, 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 au. Weißt du was der gleich macht? Schmeiß dich zwischen die Ersatzteile da rein, kommt aus der Haftfliege raus. Nicht abbringen. Das ist ideal, Schafir. Den werde ich jetzt zeigen, wie ein richtiger Stunt, wenn er eine Stunt macht. Ah, Junge, Junge. Das ist ideal. Gucken. Ne, der ist zu niedrig. Der ist schon hoch genug. Für den Anfangsplatz ist es etwas hoch. Ne, nehmen wir den hier. Dann fangen wir mal an. Peters Unfall hat gezeigt, gerade Stürze passieren bei den Ludolfs immer wieder. Manni inszeniert den Ernstfall. Das kann nichts werden. Wenn ich hier fliege, das heißt Knochenbruch. Komplette Umstellung. Ich muss mir ein Polster schaffen. Egal was es ist. So fliege ich voll auf der Nase. So. Der hat sie doch nicht hier alle, oder? Ich dachte, wir werden das Auto verwandeln. Der fällt und dann Aua, Aua, Schülter. Aua, Aua, Schülter. Ja? Der verkäufte Ersatz. Da hab ich gedacht. Ja, das ist kein Verzeihung für Menschen. Peter, lass ruhig machen. Lass ihn. Er soll sich austoben. Wir haben unsere Ruhe. Aber, wenn er sich weh tut, dann müsste er noch eins auf den Backen kriegen. Normalerweise. Ja. Aber wir sind viel zu gut. Da tu, wir trösten wieder. Joa, kannst du machen, Peter. Mach das selber. Oh, oh. Manni, was machst du da oben? Ich will da runterspringen. Manni, du willst da runterspringen? Pass aber mit dem Gesicht auf. Ich werde so... Du bist kleiner Spieler bist du. Keiner Spieler und Spinner ist das. Ja, ich mach das. Ich mach das. Ich bin Sandman. Naja, bin ich auch gespannt, wenn du auf Fresse fällst du gleich. Versuchen kostet nichts. Ich muss das. Ja, dann mach das mal. Ja. Dann mach das jetzt. Das war ja lächerlich. Du musst da auch nicht fahren. Du bist in der Füße. Ich hatte mir mehr erwartet. Wenn ich die Treppe runter geh, hab ich mehr Spannung. Ja, ja. Mach mal weiter mit deinen Spielereien. Wir machen mal einen Abgang. Dann reicht das. Und gar nichts. Ich bin echt enttäuscht. Da war kein Stand. Wenn ich im Bett steige, mach ich viel mehr. Das war purpelig. Das war ja mein erster Versuch. Man kann es nicht herantasten. Aber das war... Für die Katz. Okay, jetzt mach ich meinen eigenen Stand. Ohne die Jungen. Es kann nur an Peter und Uwe gelegen haben. Manni setzt in der Einsamkeit des nahen Waldes sein Training fort. Richtig abrollen. Darauf kommt es an. Wie nice. Einfach. Das ist gut. Jetzt würde ich hier runter gehen. Renne. Knall an der Wotze rüber. Und mache. So ist nichts passiert. Und so hätte man sich vielleicht was gebrochen. Guten. Moin moin. Ich habe ein kleines Problemchen. Ja. Ich brauche für den alten Polo 2 einen neuen Hauptbremszylinder. Habt ihr sowas da? Da muss ich den Peter fragen. Der weiß Bescheid. In Ordnung. Dann schaut mal. Ja. Müsst du im Moment warten, ne? Ich warte. Okay. So Peter. Für den alten Polo Hauptbremszylinder. Die liegen so lange auf einmal hin, ne? Nimm so lange. So, ich guck mal nach. Viel Spaß. Na ja. Ach ja. Da wollen wir gucken. Falsch. 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 Und richtig. Tja. Ganz einfach. Hier werde ich extra nicht rüberspringen. Was ganz einfach wäre. Ich trete im Bach rein. Das ist so weich wie Butter. Bleib stecken. Knall nach vorne. Wenn ich aber ins Gesicht fallen würde, werde ich mich verletzen. Ich tue aber die Hände vor dem Gesicht. Weil man immer schützen sollte. Nicht nur abfangen, was auch gut ist. Aber auch so. Oder abfangen und so. Ist das Beste, was man machen kann. Aber nicht frei fallen. Das muss ich jetzt machen. Das teste ich jetzt mal. Junge, Junge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stücke bleiben. Ja. Hat geklappt. Ich wollte. Günterchen. 25. 25. Wie schnell du die Sachen überfällst. Tja. Ich bin eben mein Lager. Ist doch ein Genie, oder? Aber zu ja. Ein Lob stink. Genau. So. Da hätten wir ihn dann. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja. Exzellent bis hervorragend. Was bekommt er? 25. 24,99. Okay. Dankeschön. Dann sag ich mal, alles klar. Und wenn der Wagen in zehn Jahren, wenn er 40 ist, kaputt geht, bringe ich ihn vorbei. Würde ich nicht an einer richtig wert. Okay. Alles klar. Tschüss. Auch so. Manni ist mit dem Abschluss seines Sicherheitstrainings hochzufrieden. Jungs. Was bist du so wild? Ich hab super Stampf abgeliefert. Hast du gute gemacht? Super. Nur ein paar blaue Flecke, aber hat Spaß gemacht. Ich hab was jetzt gelernt. Was hast du gelernt? Ich bin ja geflogen. So, Hauskünderchen. Ja. Nimm mal du einen Hut. Ich will auch einen Hut. Nein, wir beiden nur. Weil wir hier in der Ecke. Ihr macht Stanz. Ihr braucht keine. Ich will auch einen Hut. Ey, nun komm. Ja. Ich brauch keinen Hut. Ja, gib mir einen Hut. Weißt du, warum die die Hüte nehmen? Die Helme nehmen? Ein Hut. Ist doch ganz einfach, Manni. Weil die den Arsch auf dem Sessel sitzen hier. Da können sich hier bei einem Sessel zum Arsch rumsetzen. Du kapierst es überhaupt nicht. Ihr seid doch weif. Du kapierst überhaupt nicht. Uwe, wenn ich Teile hole. Ich fall voll auf den Kopf. Oder ich krieg einen Auspuff vom Kopf. Hier. Hier. Ich geh nicht mehr ohne. Ich geh nicht mehr ohne. Da passiert sowas doch kein Helm. Ja, ja, ja. Das sagst du nur. Guck mal. Der fängt gut an auf der Sessel mit dem Helm rumlaufen. Uwe, irgendwie hast du recht. Ich hält dir das Ding ab. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Ach gut. Ey, rüber auf! Da ist doch ... Rüber auf! Ja! Aber ganz ehrlich, Uwe, ich hab für euch was besorgt. Ja? Wisst ihr überhaupt für was? Nein. Nein. Du hast gerade vom Monster Truck geredet und so weiter. Ja, Monster Truck. Ich hab einen Monster Truck für euch. Ich hätte damit Spaß mit so einem Viezefahrer, richtig schweren Apparaten. Beweis es! Sag bloß. Beweis es, dass es Spaß macht. Geh Manni? Ja. Beweis mal erst mal mit großem Können, wie ihr so Monster Truck fährt. Und dann könnt ihr die große Klappe machen. Ja, dann können wir loslegen. Dann fangen wir loslegen. Wann ihr wollt das da? So, jetzt streitet ihr und nicht mehr. Jetzt habt ihr alles. Geht raus. Schafft mal was. Komm. Komm, hält noch nicht hier. Manni. Ja? Morgen an der Leiter denken, dass der Uwe reinkommt. Das ist ein hohes Auto. Hey, dann bist du einmal ein Zentimeter. Dann räumen wir doch klein. Auch mit der Tüte. Boah, die Zweite. Hör auf. Ach, die kann man sich auf Spaß haben. Aber die können ja nicht dazu. Aber Spaß ist das schön, aber mein Alter, gell? Ja. Ich streite ja nie. Ich kenn die beiden nicht anders. Ich bin so friedlich, gell? Ich hab noch nie einen Streiter gefangen. Oder? Ach, ja Manni. Richtig. Das Auto ist ja auch fertig. Das Auto ist ja auch fertig. Wir holen schnell ein, zwei Autos gerade ab. Ja, die Abwrackkisten. Damit wir die Kisten auch reinkriegen. Ja. Dann können wir nämlich ruhig weiterschlachten. Passt recht. Natürlich. So kann ich auch fahren. Es ist immer spannend, ein neues Auto zu fahren. Ein anderes. So ist es. Wie ein Überraschungsei. Aber die Autos sind noch ziemlich neumannig. Ja. Da kann nicht viel passieren. War mal jetzt nie. Aber es macht Spaß. Günterchen. So ein Monstertruck. Gehört so ein Monster-Hamburger. So ein großer? Ja. Lass ihn gespannt sein. Ich hol mal alles her. Ich hab schon ein Schokoladenstück. Das ist kein Monster. Warte mal. Günter, warte. Ich mach mal alles. Warte, bitte. Während sich Peter an die Vorbereitung des Monster-Burgers macht. Holen Manni und Uwe zwei Autos ab, die noch fahrtächtig sind. Ach nee Manni. So. Erste. Zwiebel schneiden. Das sind aber keine Monster-Zwiebeln. Äh, äh. Darauf warte ich auch. Die werden zum Monster. Die gegessen werden. So, Peter muss nicht weinen. Ich weine überhaupt nicht. Du wirst garantiert ein Stück ab, wenn er fertig ist. Aber so ein Burger. Oh, guck mal die Augen klein. Ne, noch nicht. Doch, doch. Da hab ich drauf gewartet. Genau. Ich hab keine Tähne. Doch. Du ziehst uns doch gar nicht mit der Augen. Ich weine nicht. Mensch, Günter, du machst mir wirklich. Kann doch auch mal schadenfroh sein. Oder? Einen wunderschönen guten Tag. Auch guten Tag. Wir kommen wegen den zwei Schrott-Autos zum Abfragen. Ja, ich hab die Papiere schon hier. Ja. Das ist noch von den letzten. Von den letzten, ja. Da hat sie nochmal zwei Kopien gemacht. Ich glaube, die hattet ihr aber schon. Von den zwei Autos, die ihr jetzt holt. Von eins war noch nicht hundertprozentig. Ach so. Die gebe ich immer. Wenn es doppelt ist, schmeißt das halt so. Genau. Und hier sind die Verwertungspapiere. Ja, super. Genau. Alles klar. Dann rufe die zwei hintereinander ab. Ja, nehmen wir erst den VW. Das ist der Passat. Der Passat. Der Silber, ne? Ja, der Silber, ne? Alles klar. Dann können wir gleich nochmal wieder. Ja, ich bin ja noch hier. Okay, tschau dann. Tschüss. Tschüssi. Manni, komm ab. Dann fangen wir los. Ist das ein schönes Auto. Ist der nicht fantastisch? Und so wird er verschrottet. Wie aus dem Laden. Wie ein Uhrwerk. Na, für uns gut. Lecker, gell? Ne, bis jetzt noch nicht. Günter, sieht fantastisch aus. Bin ja gleich mal gespannt. Wenn du alle Zutaten drin hast und dann mischen tust. Wenn du dann schwitzt. Du bist eine Pflaume. Bei einer darfst du nicht sparen. Der soll packen besser. Und vor allen Dingen, du müsst immer frisch rein. Da passe ich auch immer auf. Das Pfeffer. Boah. Boah. Boah, mamma mia. Das ist ja mehr besser als gehacktes. Und dann geht's wieder rund. Der nächste verdient auf die Abwrackung. So Manni. Frei, frei, frei. Aber der Passat, der war echt top. Das wäre das richtige Auto zum Stockerrennen. Mit dem Auto fährt man kein Stockerrennen. Die Teile kann man alle verwerten. Und damit kann man noch gut Stocker fahren. Richtig für Action. Das erzähl dem Peter. Ich glaub, der macht mit dir Stocker. Eins, zwei. Da brauchst du gar kein Stand mehr sein. Dann macht er mit dir einen Stand. Das sind doch beide. Stell dich hin. Die kannst du nur. Wie ich gesagt hab. Den stellen. Siehste, die ganzen Zwiebeln sind unten. Ich mach's dir da gerade rum. Günther. Du Schandmaul. Das sind die Kochs von heute. Junge, 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 junge. Die armen Kochs. Die haben keine richtigen Materialien. Hast du zwei Hände? Ja. Giesel, jetzt geht das rein. Endlich erreicht auch das zweite Abwrackauto das ludowsche Gelände. Wenigstens dieser Wagen hat einen erkennbaren Mangel. Günther! Günther! Aufmachen! Tut es nicht. Jungens! Bereitet mal den Grill vor! Machen wir! Okay. Ey, du kannst das gut, Manni. Ja, ich weiß. Mit dir was anzufangen ist immer schwierig. Manni, Manni, du lässt da Maul. Stell hier hin. Da hast du recht. Ja, das... So, Manni, bevor du was anderes holst, holst du mir erstmal einen Stuhl. Der Stuhl kommt extra später. Manni, ich will mich doch hinsetzen. Brauchst du mal einen Tisch, wenn du keinen Stuhl bringst? Ich bin schon ein arme Schwein hier, aber du musst die ganze Zeit hier stehen. Uwe? Ja? Wir schreien mal den Arm. Das andere ja. Unser Monster-Truck, unser Monster-Fleisch hat genau dasselbe mit zu tun. Riesig, riesig. Ich habe auch die Zwiebeln etwas größer gelassen, dass sie nicht ganz wegbrennen. Und jetzt wird der Monster-Burger erst geknetet. Ja. Ja, muss auch. Aber trotzdem nicht zu dick und nicht zu dünn. Das ist auch ein Punkt. Du drückst das, ne? Ja. Mhm. Ja, das leuchten deine Augen. Das Wasser läuft ja schon im Mund zusammen, obwohl er noch gar nicht fertig ist, ne? So, und jetzt tust du das reinstecken ins Loch. So, und jetzt drehst du die Schraube rum, ja. Eine schön feste Manni. Deine dummen Kondimentale kann ich mir schenken. Warum Manni? So was sagt man nicht zum Bruder. Okay. Jetzt hol ich mir mehr Teile noch. Ja, hol mal. Ich bleib hier sitzen, oder? Dann bringst du einen schönen weichen Sessel mit, Manni. So, das ist aber hier zu kurz. Was? Der hängt ja überall so weit rüber. Was? Das ist so kurz. Das hängt überall so weit rüber. Das sind so zwei Stücke abschneiden. So muss der Truck jetzt nicht auf ein Brot kaufen. Günther. Ah, so eins für die Jungs und eins für dich. Ja. Das muss man ja sagen. Ich hab mir aber sowas schon fast gedacht. Mhm. Deine Seite natürlich gegangen, ne? Fleisch. Das ist so klar. So, Jungs, Mann! Was macht ihr da? Wow. Ja, ich lass schon nicht fahren. Er hat Angst, dass es runterfällt. Lass noch Finger weg. Weißt du? Stell mal rauf, dass es noch schnell warm wird. Ja. Beim Grillen sind, wie auch in der Küche, die Rollen bei den Ludolfs klar verteilt. Peter kümmert sich um das leibliche Wohl der Brüder. Eiskalt. Das ist geil. Das tut ja wie eine Lokomotive qualmen. Das ist normal, das bisschen Fleisch, bisschen qualmen. Ich glaube, eigentlich muss das gedreht werden. Und klappt das? Es klebt. Das ist gut. Beim nächsten Mal drehen, soll ich dir da noch Knieschützer holen? Da kann ich schon hin. Da bin ich gespannt. So kann man das auch machen. So ist das gut. Das kann doch an einem Magen werden. So, Jungs, euer Essen ist gleich fertig. Lasst euch schmecken. Auf jeden Fall. Geht mal langsam nach vorne und passt wieder auf, ne? Okay. Ich hole meinen Burger raus. Ich kann den jetzt mal belegen. Oh, der ist jetzt schön braun hinten. Mach mal den hier drauf. Ah, der ist gut. Da kommen nachher noch Sachen drauf. Hier. Salat. Ey, ich brauch keinen Salat, Manni. Da muss Senf drauf. Senf? Das muss drauf. Senf? Das muss drauf. Das muss drauf. Und das muss drauf. Da muss noch eine Tomate drauf. Und gib mal Ketchup da. Ey, Uwe, komm, komm. Nichts zu dir. Du wirst das alleine essen. Das macht dick. Nein, komm zu essen. Ich hab mal gehabt das. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit, Jungs. Ist gut der? Mhm. Sehr gut. Danke. Aber morgen geht's rund mit dem Monster-Track-Pan. Ich freu mich schon auf dem Monster-Track-Pan. Was hat der Pizza mit dem Monster-Berger? Super. Ich freu mich. Aber die Dinger sind auch nicht weg. Ich mach das Ding schon platter. Der Monster-Track. Hey, mach doch nicht platter. Es ist lieber der Monster-Berger, als das Ding platt zu machen. Peter? Ja, Manni? Die Monster-Berger, die waren sehr gut. Aber was ist morgen mit dem Monster-Track? Da bin ich super gespannt. Was wird der Uwe da machen mit dem Monster-Track? Ja, der Uwe hat bis jetzt alles kaputt gekriegt. Aber Manni, schlaf endlich. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni. Am nächsten Morgen machen sich die Ludolfs früh auf den Weg. Jetzt darf Uwe zeigen, was er unter der wahren Kunst eines Stuntmans versteht. Oh, das geht's ran. Wir fahren Monster-Berger. Ah, in Monster-Berger bist du gefahren. Mit 100 Meter, 8-Zylinder-Big-Flop. Aber das erste Mal so ein Ding zu fahren, da ist richtig Spannung da. Okay. Ich kann's grauer machen. Ey, das ist so ein Pomi drin. Oder so ein kleiner Zwerg, nicht? Das ist so ein bisschen spara-lauchter. Wie kann's grauer machen? Na, wie kann's grauer machen? Wann? Nur wenige Kilometer entfernt lebt die Familie Maus. Vier Generationen von Schaustellern wohnen auf dem Gelände, auf dem auch die Monster-Trucks gebaut werden, die später in ganz Europa auf Tournee gehen. Okay, Jungs, wollen wir mal übergehen? Ich sage euch mal, eine kurze Einleitung, wie das Ding funktioniert. Ja, gucken wir mal an, wie das Ding läuft hier. Und wie ist eigentlich der Wendekreis mit denen? Also perfekt, würde ich sagen. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, mit den dicken Achsen hier. Also du wirst dich wundern, was der für ein Wendekreis ist? Ja, scheiße oder gut? Gut, oder nicht? Na ja, ihr seid ja Profi. Dein Lkw hat den dreifachen Wendekreis wie der. Meinst du? Ja. Oh, da hätt ich aber nicht mit gerechnet. Ich meinte, der hätte ja einen Kurs. Das zeig ich dir gleich. Dann würde ich sagen, steigst du mal ein. Jupp. Ich schaff's aber gut, Uwe. Mit den kleinen Bändchen. Schau. Ach ja. In die Kurze liegt die Würze. Genau, da weiß man ja nicht, wie ich war. Ja, der Zählerstern. Ja, genau das Richtige. Das ist das Richtige. Ja. Der Zählerstern unter dem Monster-Trag. Genau, Monster-Trag ist super wichtig. Also, erklär dich das mal. Ja. Uwe, hier hast du Bremse. Bremse mit Kupplung in 1 quasi. Bremse, Kupplung, alles in 1. Gas. Ja, genau. Dann haben wir für die Hinterachse zu lenken, den Joystick hier ist rechts. Ach, die Hinterachse lässt sich auch lenken? Ja, ja, die Hinterachse auch lenken. Links und rechts. Ja. Dann haben wir hier nochmal den Zündungsknopf. Leuchtet ein blaues Licht. Hat er Zündung. Und hier den Eimer ziehen, springt er an. Uwe springt er an, ja. Und wenn irgendwas sein sollte, klopft nach unten. Und aus, ist er. Aber du musst mit dem Gas ganz, ganz vorsichtig sein. Kann er sich abheben, oder? Der hebt sich ab, der hat 1.500 PS. 1.500? Ich glaube, der hat für meinen 1.000. 1.500 PS fordern Uwes ganze Konzentration. Er will den Monster Truck nicht nur fahren. Er will auch über zwei Schrottautos springen. Ich hab verbrauchen in Uwe. Aber nur so halbes Verbrauchen. Ja, super. Da kommst du rüber, Uwe. Ich glaube, er hat es abgewärkt. Ja. Ja, Mann. Ja. Hier, Aluminium. Ja, du mit dir. Aluminium. Aluminium ist gut. Als Schrottenland sieht man immer, gut ist Alu. Ja. Jetzt war das schon besser. Ja. Glaub mich um. Jetzt war das besser. Er muss ja jetzt das Gerät in den Griff kriegen. Ja, ja. Aber noch mehr Aluminium. Hier, das wäre so ganz reich. Noch eine Aluminiumleiste. Ja. Ist das nicht schön? Aluminium. Ja, das ist das Gerät in den Griff. Ja, das ist das Gerät in den Griff. Aluminium fehlt noch. Aber du gehst ja schon mal von Anfang an. Na, jetzt guck mal die Sache mal an. Jetzt zeig dir mal, da kann doch der Kleine. Aha, ich hab einen Sitzplatz. Das ist ein Gerät. Und dein Gesicht ist abgedruckt auf den Drack. Uwe. Uwe, dein Gesicht. Fantastisches Gerät. Uwe, dein Gesicht ist abgedruckt auf den Drack. Uwe, dein Gesicht ist abgedruckt auf den Drack. Uwe, dein Gesicht ist abgedruckt auf den Drack. Das war's. Wow, das war gut. Wenn ich das Ding eine Woche in der Hand hätte, würde ich es genauso versuchen. Also, ich würde sagen, mach mal ein paar Monate Training. Dann kannst du es vielleicht. Nein, Manni, ich konnte mit neun Jahren jeden Radfahrer, jeden Bagger fahren. Ja, aber trotzdem musst du die Federung alles beherrschen. Manni, da ist es ein paar Mal drüber, dann machst du das auch. Hey, du bist ja super gesprungen. War's gut? Das war gut. Da darfst du nicht diskutieren. Ich will dir nur eins sagen, Manni. Du hast einen guten Stand mit den Kleinen schon gemacht, wo du gedreht hast, gerollt hast. Ja. Aber mit den Großen habt ihr auch recht. Die Stanz waren wunderbar gewesen, Jungs. Also, das hat auch Spaß gemacht. Also, ich gebe euch nochmal alle beide an. Super. Ich dir auch, danke. Super. Wir haben Spaß gehabt. Wir wissen, wie wir uns abwornen. Wir haben auch noch mehr als Spaß gehabt. Hier haben wir auch noch ein paar Kleider. Aber super gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Richtig. Also, man hat jetzt den Blutträcker. Bisschen jeden Tag. Ja. Das ist ein Gerät. Peter, guck mal, zwei große Doppeltvergaser. Ja. Alleine, was da ein Sprit durch. Oh.